Hallo ihr Lieben, heute kommt mal kein Mathe-Video von mir, denn ich habe heute Geburtstag. Und da habe ich mir einfach mal freigenommen, habe ich mir mal selbst geschenkt. Also ich bin hier gerade ein bisschen im Wald, habe mich mal auf einem Baumstamm niedergelassen und chill hier mal ein bisschen, lausche den Vögeln, bevor meine Familie kommt und das Chaos beginnt, immer noch ein bisschen zur Ruhe kommen. Diejenigen, die mir vielleicht bei Insta folgen, haben es vielleicht mitbekommen, dass es mir mental momentan leider nicht so gut geht. Ich bin aber in professioneller Behandlung und da gehe ich einfach mal die Dämonen meiner Vergangenheit an und schaue, dass es mir dann danach wieder besser gehen wird. Aber die nächsten Tage, wenn meine Familie da ist, haben wir uns einiges vorgenommen und das ist dann auch eine schöne Ablenkung und einiges an Action tatsächlich. Also bouldern gehen, Salsa tanzen, viel essen gehen natürlich und auch an Escape Room, ein bisschen Rätseln, ein bisschen Spannung, so ein Horror wird das, glaube ich. Aber okay, mal gucken, was das wird. Oh, die Sonne, schön. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall ein paar schöne Tage, hoffentlich euch auch. Viel Spaß, was auch immer ihr so vorhabt in nächster Zeit, auch wenn ihr einfach nur auf der Couch liegt, kann auch schön sein auf jeden Fall. Und ja, wir rasen auf die 400.000 Abonnenten zu. Habt ihr es gemerkt, es ist unglaublich. Vielen, vielen Dank an jeden, der abonniert hat, der meine Videos schaut, der lieb kommentiert. Freue ich mich auf jeden Fall immer sehr. Und ja, wir sind eine richtig schöne Community geworden. Dann euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!